Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge, Die Sims 4. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben genau vor einem Jahr, ähm, ja, haben wir das Ding gestartet, ja, mit der ersten Staffel, Die Sims 4 Elternfreunden. Dann haben wir, also sind wir weitergegangen über, oh Felix kommt hier, ähm, sind wir weitergegangen über Hunde und Katzen und dann natürlich momentan Dschungelabenteuer und bald startet dann auch die vierte Staffel mit Jahreszeiten. Also heute ein Jahr, ganz genau, haben wir angefangen hier täglich zu Let's Playen. Ja, Party, komm, wir machen Party mit Elternfreund, deswegen sind wir heute auch wieder bei Sina, hier fackelt das Haus nicht ab, hier. Ja, oh, die Katze, jump, drüber, macht ihr hier Performance Art oder was? Komm, wir machen jetzt hier eine Party, Leute, wir müssen unbedingt Party feiern, come on. Party, 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 wo ist Party hier, Party? Party, ich check sie immer noch nicht mit dem Telefon, ne? Gesellschaftliches Ereignisplan, come on, ruf mal alle an. Yay, yay, let's play. Es ist so krass, ein Jahr, ich hätte nie gedacht, dass ich immer so lange let's play, ich als alter Bauer hier, ne? So, wir machen jetzt eine Hausparty einfach, ne? Ja, ganz klassisch wieder mal, Wurstelparty. Ja, und ich glaube auch, der Jonas, äh, der Jonas, der Felix, der hat Geburtstag, Gastgeber ist natürlich die Sina, der Felix wird nämlich zum Erwachsenen, vom jüngeren Erwachsenen zum Erwachsenen, ja. Und Gäste, ne, die sind eher schon da, das können wir hier mal gucken, äh, die kommen alle nicht, hoffentlich werden mir ja alle angezeigt, oder zumindest halbwegs alle nie, ne? Ist doch wieder ein Scheiß, Entschuldigung. Aber was soll das denn? Wieso werden nicht meine Sims hier angezeigt? Ist doch blöd. Ach, da kann man den auswählen, oder wie? Und da vorne nicht, oder habe ich das verpasst jetzt? Wir klicken die jetzt mal an. Und, ja. Ja, gut. Die anderen müssen wir irgendwie so einladen. Wieso kennst du die Rosie denn nicht? Das kann doch nicht sein jetzt hier. Mixon, Cateron. Ach, und da ist der Warren dabei? Ja, mach mal den Warren hier. Und hier mach mal noch den Felix rein. Und hier die Gäste. Ach, das sind jetzt die anderen auch. Sky. Ja, das ist komisch, dieses Menü, ne? Und dann verwechselt es wieder die Hälfte. Die Lea ist dann auch noch Gast wegen mir. Und der Warren guckt nach dem Haba. Ja, wo ist jetzt, wo ist jetzt Blue und so? Und dann, ach man, ist doch Shit, ey. Ist doch Blödigkeit. Ja, natürlich hier im Elternfreundenhaus. Bitte danke. Und dann rufen aber noch die anderen an. Ach nee, nicht das Outfit wieder. Sina, das müssen wir dir mal wegnehmen. Rufen wir mal den Blue an. Das geht leider nicht. Scheiße. Ja gut, der ist ja noch gar nicht da, ne? Du kennst die Rosie schon wieder nicht. Ist so komisch. Bitte zieh dein Outfit um. Bitte zieh dein Outfit um. Bitte, bitte. Outfit, Outfit ändern. Zieh das mal an. Felix, du ziehst dein... Ziehst du dein... Outfit, Outfit ändern. Was ist denn das für eins? Das da bitte, komm. Ja, sehr gut. Nico kommt, Sky kommt. Alles gut. Machst du schon die Getränke? Sehr schön, so muss das doch sein. Lea ist dir gerade ziemlich beschäftigt. Oh nee, geht lieber zur Schule. Du bist ja ein so Vorzeigekind. Ja. Wee, got the jam, Tisha. Pass auf, Warren. Wow. Du, kleiner Cracker, ja. Der Warren macht schon was zum Essen. Wir gucken nach dem Trinken. Der Nico macht Hausaufgaben. Und du gehst zur Schule. Emotionale Kontrolle. Wieso bist du jetzt verspielt? Wegen Rumspielen. Gut. Ja, sehr schön. Alles hingerichtet. Sina, klappt schon, ne? Sehr schön. Sind jetzt alle? Hallo. Was seid ihr denn? Ah, da auf der Couch. Sehr gut. Hallo. Es kommt, Duncan. Kennenlernen. Freilich vorstellen. Ja, ihr kennt ja wieder alle nicht, ne? Bewunderung ausdrücken. Morino, Lila ist auch da. Cool. Und hier auch nochmal. Liebe voll im Arm. Warren auch hier. Freundlich vorstellen. Wird es auch als Gast gezählt, wenn der Caterer ist? Was macht ihr schon wieder oben? Wollt alle den Hamster angucken, ne? Gehst du jetzt boxen in deinem Kleid? Ne. Ist eh umentschieden, ne? Du guckst die Fotos an hier, ne? Yes. Zacka. Schau, bis zum Spanier. Wir müssen hier noch ein bisschen, ein bisschen flauern. Backpfeife, was ist denn das hier? Hallo, seid mal freundlich. Gruppengeschichte erzählen, das ist gut. Ein Märchen über einen Riesen. Probier das mal. Vielleicht zählt das auch als jeweils Interaktion. Machen und Schwärmen. Kompläme über das Outfit machen. Verrückten Plan vorschlagen. Ja, haben wir gleich geschafft. Gleichzeitig tanzen lassen. Oh, wir haben keine Musikanlage hier. Die müssen wir uns jedes Mal mal kaufen. Müssen mal gucken, dass wir das uns noch leisten. Electronic hier, ja. Im Elternfreundenhaus hat zwar nicht alles angefangen, aber hier in dieser, äh, äh, ja, Family... haben wir das dann gemacht. Und jetzt wundert keiner mehr im Family Starter. Kannst du mal... Kannst du mal Pop machen? Und dann müsst ihr tanzen. Danzen. Oh, ich glaube, Blumenau ist krank, können es sein? Das ist so besonders angstbar hier. Mal auf zu plaudern. Müsst ihr auch danzen? Allemal danzen. Jips, jips. Jips. Das kommt dann... Komm, danzen mal mit uns. Danzen mal. Komm. Du auch, Felix. Komm danzen. Auf danzen. Nicht mehr Ärchen, Ärchen erzählen. Danzen. Die drei müssen gleichzeitig danzen. Komm. Jipi-jipi-dum. Girls danzen hier schon. Jip, jip. Chaka-chaka. Jetzt kommt der Checker hier. Ja. Wow. Unsere Girls. Ja, sehr cool. Multiple Generations. Du musst gleichzeitig glücklich sein lassen. Oh, jetzt seid doch alle glücklich. Come on. Du musst du jetzt mit ihr flirten. Das wird jetzt hier romantic. Okay, zu flirten. Fünfmal flirten. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Fünfmal musst du flirten. Bringt das auch verführerisch flüstern. Bringt das auch flirten. Musikinstrumente spielen. Ja, das kann der Felix hier aber. Mit der Geige hier. Wo sind die? Wo hast du die denn wieder hingepackt? Hast du die in der Stadt stehen lassen? Ist das ernsthaft? Nee, ne? Hast du die nicht wirklich in der Stadt stehen lassen, oder? Hast du die von der Kleinen? Kannst du trotzdem ein Lied spielen? Na, spiel mal. Ständchen. Ständchen bringen. Oh ja, du machst mal ein Ständchen hier für die. Ah, das zählt auch zu flirten. Sehr gut. Zählt also auch zu flirten. Küssen ist auch flirten wahrscheinlich dann. Kommen wir auf zu Dancen. Oh, du bist so sexy hier. Ich mach das Ding mal wieder aus, weil es mir zu laut ist hier. Auszuhalten. Genug gedanst. Wieso seid ihr nicht alle glücklich? Seid alle kokett und verspielt. Das gibt's auch nicht. Superber, superber. Oh, jetzt wird ihr geknutschelt. Und das zählt nicht als flirten. Boah, zählt auch. Sehr gut. Oh, du bist so hübschelt. Ja. Sims sich küssen lassen. Wow. Können die anderen euch auch küssen? Oh, nicht singen. Übelstapp, stapp. Nicht süßig, nicht ja. Küssen. Küssen, küssen. Romantik. Kusshauchen. Und händeküssen. Ja. Da muss ganz klappen. Ach komm, jetzt geht er hochspielen. Der holt jetzt die alte Geige. Ein Mädchen, ein Mädchen. Könnt ihr nicht mal alle irgendwie zum Essen kommen? Komm, du kannst mal hier, bevor die Katzen das essen. Hallo, gerade sag ich's. Nein, ja nicht, ne? Und das ist die Geburtstagstorte. Felix, das haben wir gar nicht gefeiert. Super. Super, komm mal alle zum Essen hier. Du kannst mal kochen. Wir müssen mal Kuchen kochen. Zuckerfreien Karotkuchen hier. Weil die haben den schon angeknabbert, die Hochzeitstorte hier. Ja, ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier nochmal einen haben. Nee, haben wir nicht. Frühstückseierlei. Koch mal den Kuchen, komm. Du musst kochen. Koch den Kuchen. Hamburger Kuchen wegen mir. Ist mir egal, was du kaufst. Ja, ich komm da nicht dran jetzt hier. Und du? Hast du die Geige wieder stehen lassen? Komm mal mal ein Ständchen bringen hier. Komm mal mal, bitte. Miska, ja. Gibt's keinen Stuhl hier. Ich hab keinen Stuhl hier. Alle haben Stuhl hier. Ja. Alle haben Stuhl. Außer du. Oh nein. Ich glaub, du bist der Leck gegen das Kleid. Das scheiß Plastikgraben hier. Ich bin er. Wir müssen öfter mal so Partys machen. Mäu, mäu. So, Felix, hör mal auf. Jetzt machen wir hier, der Sina ein Ständchen hier bringt. Komm. Komm, das machen wir jetzt. Auch wenn wir dann Bronze Plus haben, oder was? Sims sich küssen lassen. Schnell, du musst rüberkommen. Du hörst es doch gar nicht draußen. Ach, du bist blöd, Sina. Komm hierhin. Komm hierhin. Der kann das richtig, ne? Aha. Aha. Das ist mein Mann. Ich hab best nicht Hunger. Ja, klar. Kannst du irgendwie Beifall oder so? Küssen. Ah, die müssen jetzt knutschen. Leidenschaftlich küssen. Komm, knutsch jetzt. Felix, das reif in keine Zeit mehr. So cool. Ich dachte, das ist die Kindergeige. Aber ich hab die Kleine auch schon benutzt. Hallo, ich komm da nicht ran. Ja, komm, das kann nicht sein jetzt. Hier, knutsch jetzt hier bitte, dass wir die Punkte noch hier kriegen, ja? Jimba hier. Oi, oi, oi. Hanna, was lässt du da durch? Und du klatschst hier. Sehr cool. Wow, heiß. Sehr gut. Oh, nochmal knutschen. Jetzt haben wir ein bisschen Silber. Mhm. Müsst du die Instrumente spielen. Dann müssen wir doch noch ein bisschen weiter. Wir doch noch ein bisschen. Äh, Lied spielen. Äh. Romantik. Mein Schatzi. Ja, mein Schatzi. Spül mal mein Schatzi, komm. Jetzt haben wir zwei Geigen hier, oder was? Äh, da ist die kleine Geige jetzt. Okay. Wunderkindgeige. Speziell für Kinder geeignet. Hm. Das hast du beide Geigen doch. Na gut. Daniel hat's vercheckt. Aber das eine Stunde spielen bringt glaube ich nichts mehr, ne? Das ist vorbei. Ja, gleich seid ihr glücklich sein. Ihr seid alle glücklich. Seid nur irgendwie verspielt. Ihr seid besser als glücklich. Das ist doof. Ihr seid doof gemacht. Geht da noch ein Glücksbär hier. Glücksbär hier. Ja, das bringt wahrscheinlich auch nur verspielt. Oder Kokettanstieg wahrscheinlich. Ja gut, Silberparty. Immerhin. Sieht eher orientalisch an. Ist das hier, dass das Pop ist? Jetzt verpissen die sie alle wieder. Das glaubst du ja nicht. Können wir die nochmal zum Essen rufen? Und sie hat wieder alles hier gekocht. Die haben uns gar nicht angerührt. Mal zum Essen, ja wieder. Wollt ihr nie noch was essen? Leute, kommt zurück. Bleibt mal da. Haben wir schon wieder Rechnungen? Ne. Ja Felix, was machen wir denn jetzt? Komm, wir feiern nochmal. Du darfst jetzt wieder einen Kuchen kochen. Du machst mal hier den zuckerfreien Karobkuchen hier. Mach das mal. Ihr sollt nicht so viel essen. Wenn ihr schon Hunger aufsatt seid, dann hört auf zu essen. Hier mal aufräumen. Aufräumen, aufräumen. So. Da holst du das Postzeug da raus und dann machen wir ein Event. Wenn die Geburtstag nämlich nicht vergessen. Jasmine Holiday. Ne, die lassen wir mal. Die vertickt hier wieder Drogen in der Nachbarschaft. So Boost-Dinger. Werdet ihr glücklich und so. Sind so Pillen. Gruselig. Gruselig. So, jetzt habe ich es aber bald hier. Gesellschaftliches Ereignisplan. Was haben wir jetzt in der Post bekommen? Was war das jetzt? Ein Scheißhaufen oder was? Ein funktionstüchtiger Spielzeug-Hubschrauber. Hallo, wir haben keine Theke mehr frei. Bitte ich mit einer neuen Theke haben. Ja, wir machen nochmal eine Party jetzt. Komm, Harmonia. Hallo, wir haben heute eine Special-Folge. Ein Jahr. Das muss ja jetzt wohl gehen. Prestige-Veranstaltung, Geburtstagsparty. Geburtstagssim ist natürlich der Felix. Und die Gäste. Da kommen mal alle hier hin. Ja, bitte. Gäste, Gäste, Gäste. Du bist auch Gast. Schade, dass Blue und Rosie nicht dabei sind. Und die kleine Viable. Wir müssen die mal besuchen, dass wir die wieder kennen hier. Caterer. Kommt dann mal der Warren wieder mit, ne? So, ein Mixer. Können wir auch nochmal. Komm, wir lassen jetzt hier alles hier. Ja, wir lassen alles hier. Komm, man. So, Geburtstag. Ich hätte es aber gern auch wieder hier. Wo ist denn unser Elternfreundenhaus? Die Klee Residenz. Genau. Bitte, danke. Heimkehren. Ja. Kommst du nach Hause? Oh, nee, Sina. Lass das Outfit weg, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Mach mal. Mach mal das. Das ist auch mal schön. So, wir müssen kurz mal umziehen. Ja. Zum Glück gibt es keine Flecken auf den Kleidern in Sims, ne? Ja, Sina bist du hübsch. Reicht nicht für den... Nein, reicht für den Erwerb. Die Verantwortung reicht für den Erwerb. Also, dann ist er recht. Dann ist er recht, ja. Empathie. Kannst du auch schon Ehrenamt machen? Kannst du noch nicht, ne? Kannst du noch nicht. Kinderfreundliche Websites besuchen. Mach das mal. Was bringt das denn? Hallo, dein Papa hat Geburtstag, ja. Die sind nur im Zocken hier, oder? So. Mach doch mal den Kuchen fertig jetzt, Sina. Ernsthaft mal. Oh, Jonas ist schon wieder krank. Die sind alle immer krank. Was macht ihr immer? So. Ja, weil der Felix, der hat wirklich Geburtstag. Guck mal hier. Ein Tag hier. Ja, ja. War ein Bug schon wieder so viel. Kann man dem eigentlich sagen? Hier, warte mal. Pass mal auf hier. Äh, ich brauchst nichts mehr kochen. Eigentlich. Mutiger Anmachspruch. What? Hallo. Bettina hier. So. Oh, da ist dein Kuchen schon. Hier, Kerzen. Geh, geh, geh. Prostagskerzen, bevor die wieder alles anknabbern. Do it. Do it, Sina. Abfeiern. Kerzen auspusten. Sich etwas wünschen. Sich etwas wünschen. Dann abfeiern. Probieren wir mal. Felix. Felix. Du zum Erwachsenen endlich. So. Ah, ich wünsche mir was. Okay. Und was wünsche dir? Du weißt es nicht. Rotes Auto bestimmt. Und? Nicht geklappt? Jetzt hat es geklappt. Yay. Wow, Felix ist älter geworden. Erwachsen sein. Drum ich wirklich in die Planung des Urstands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Yay. Oh, ich habe ein bisschen Bäckchen bekommen. Bisschen Fällchen, ja? Ach, wie toll. Und jetzt? Alle zum ersten Rufen kommen. Komm, der ist ein Kuchen jetzt. Dann werden alle fett. Dann gehen wir halt wieder in die Fett-Weg-Gruppe mal. Wir feiern heute zwei Ponys. Naja. Was machen wir heute? Na gut, das ist mir die Geburtstagsfälle wieder ein bisschen doof, ne? Mit dem gleichzeitig tanzen lassen und so. Einschalten. Wir machen mal Alternative hier. Alternative. So. Und dann dancen. Alle mal dancen. 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 Kuchen essen. Sehr gut. Alle essen Kuchen. Die, die Lea. Die ist ja das Ding hier. Die Würstchen-Dinger da. Ja, ja. Das passt auch so gut zusammen. Würstchen und Bohnen hier. Ja, wieder mal echt. Das ist so geil. Boah, das Zeug wächst ja hier schon wieder wie wild. So cool. So wieder ernten. Könnt ihr mal dancen? Ihr müsst alle mal dancen. Kommen wir mal auf zu essen. Ihr müsst doch mal dancen. Spiele spielen lassen. Was für Spiele können wir denn spielen? Ja, ich kann mir spielen. Wir spielen hier irgendwas. Geht das nicht? Wir haben keine Spielekonsole. Was ist denn das für ein Haushalt? Spiele spielen. Das spielen wir hier. Das Dinghaus da, ne? Spielen. 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 Erwachsenen einen Toast ausbringen lassen. Oh, das ist wieder der Kack, ne? Der hat ja nicht funktioniert richtig. Wenn wir die haben Toast hier. Trinken. Weiß nicht, ob das geht. Einen Toast ausbringen lassen. Das ist wieder so ein Scheiß. Da muss man das irgendwie in der Hand halten. Und ich check's nicht. Wir müssen den Tau platzieren vielleicht. Das Dancen hat alles geklappt. Geht mal spielen. Komm. Geht mal spielen. Geht mal spielen. Oh, Nico danst auch hier. Wow. Nico, du bist so geil. Ich freu mich mega auf die Story mit dir. Das wird so cool. Ihr habt nämlich gevotet. Das soll obdachlos sein. Ja, wirklich. Eigene Verantwortung. Dark Nico fanden die meisten Top. Hatten wir noch nie. 59%. 26% sind immerhin gespannt. Und 14% sagen aber immer noch Flop. Dark Nico sei Flop. Boah, ich find's cool, dass doch so viele Ja gesagt haben. Und ihr habt gevotet. Selbst so schlagen obdachlos. 70%. Das ist eindeutig. 27% sagen Comedy und Entertainer soll er werden. Und die anderen waren für was anderes. Die restlichen ein paar Prozent. Und wir haben ja bei ihm richtig tolle Merkmale. Auch wahnsinnig. Und so ein bisschen. Das ist so ein bisschen creepy, der Typ. Aber es ist cool. So. Gleichzeitig Spiele spielen. Komm alle mal spielen. Spielen. Komm spielen. Auch spielt mal. Kann man den irgendwie sagen, hey, spiel mal mit. Ich wollte dich vorstellen, du kennst dich noch gar nicht. Wow, die Katze, die kommt über das Lego Haus und macht es kaputt. Die Meme. Sula. Also kannst du mal mitspielen. Was ist das für ein Fleck? Das ist gar kein Fleck. Aber das zählt gar nicht mit dem Spiel. Das Spiel. Ach so, ist ja doof. Das ist ja blöd jetzt. Wieso zählt das Zilla nicht? Das kann aber nicht sein. Das ist auch spiel. Das ist auch Spiele. Ja. Okay, was ist denn dem Nager los? Gibt der noch? Ja, das ist zufrieden. Na gut. Wer macht jetzt ein Spiel spielen? Du spielst jetzt ein Spiel. Okay. Kann man Doktor spielen? Ist das spielen? Spielen, spielen. Knuddelwuddel. Knuddelwuddel. Ah, ist das geil. Kann man das auch spielen? Oder muss das man doch spielen können jetzt? Leute, kommt, spielt mal alle. Spiel, spielen. Die Block spielen. Keine Ahnung, was alles spielen ist. Ja, Doktor spielen. Aber wieso zählt das nicht mit dem schönen Bautisch? Da ist das doch doof. Empathie steigt. Und Doktor spielen. Da muss er jetzt alles erzählen, oder? Alles spielen. Zählt wieder nicht hier, verdammte Ernst. So eine Kacke, aber auch. Ist doch wahr. Da musst du an den Computer gehen, hier und spielen. Ne, hier, komm schnell. Spielen, spielen. Spiel, spielen. Blee-Block spielen. Hey, ihr habt schon wieder aufgehört zu spielen, oder was? Wer, wer hört, wer macht er ja nicht? Wer ist der Nikolas Horizon? Was macht denn der hier? Das war doch das Date von, von Sina, oder nicht? Creepy. Habe ich den aus der Sina angeklickt? Aber wieso zählt das jetzt wieder nicht mit dem Spiele spielen? Wer spielt denn hier noch Spiele manchmal? Das kann da jetzt wohl normal nicht sein, hier. Dann musst du, dann musst du, dann brauchen wir nochmal ein Tablet, hier. Spiele spielen, was können wir denn noch machen? Wir haben keinen Schachtisch, wir haben nichts. Wir haben nichts. Der spielt hier, guck mal. Ich glaube, das zählt nicht, dein Doktor spielen, kann das sein? Dann musst du mal mit der Katze spielen. ähm Laserpointer spielen. Gucken wir mal auf, das zählt, glaube ich, eh nicht. So. Ja, das hat nicht gezählt. Doktor spielen. Komm, hier, nochmal Spiele spielen. Das auch spielen, oder? Komm, das muss auch spielen sein. Glaube ich jetzt nicht. Das alles gar nicht spielen hier, Mann. Ist das blöd. Imaginären Freund beschreiben. Das ist ein imaginären Freund? Glückliches Kleinkind. Na, ich glaube, das zählt wie nicht. Ja, ist egal. Silber ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist Silber. Das mit dem Toaster hat auch nicht geklappt, ne? Gibt kein Toast. Ja gut, Silber ist ja wieder in Ordnung mal. Das mit dem Toaster hätten wir eh nicht geschafft. Ist ja wieder zu doof. Und ne, und das haben sie immer noch nicht gefixt hier, das blöde Ding. Das Matrix-Mode-Ding da. Ist voll unrealistisch. Naja. Okay, das war die einjährige Special-Folge. Die alle gehen schon wieder hier hintereinander. So, wie es ist auf so einer Wanderung hier. Alle kommen mit. Was ist denn das für eine Katze hier? Gehör nicht zu uns. Alle gehen. Nicht alle kommen mit. Alle so gebückt laufen hier. Tja, das war's für heute. Du musst noch ein bisschen zocken. Komm, programmier mal dein Videospiel weiter. Wir wollen noch fett Kohle haben hier, ja? Und du bist hier noch am Ding. Kümmer dich mal an den Leon hier, ja? Du gehst schlafen. Ganz genau. Toll, mit der Puppe hätten wir auch spielen können. Gefühlvoll spielen. Oh, das war ja das Tolle. Jetzt wollen wir mal gucken. Was bringt er das nochmal? Wir müssen mal so eine Liste machen. Emotionale Kontrolle. Sehr gut. Gefühlvoll spielen. Mit der Omi-Skanischen, Omi-Skanischen, äh, Puppe. Omi-Skanisch. Eselsbrücke ist, ist Omi. Nochmal, wir weiterspielen, komm. Omi. Die Omi-Puppe. So als wenn du Omi, ne? So eine kleine Omi. Omi-Skanische. Das ist eine gute Eselsbrücke. Omi. Einfach an Omi denken. So. Ja. Das ist vieler von der Leid. Du sagst jetzt immer noch. Das heißt doch programmieren, du Honk. Entschuldigung. Das ist doch wahr. Was soll das denn? Müssen wir pieseln. Müssen wir pieseln. Ja, müssen wir pieseln. Chopp, chopp, chopp. Bist du noch gar nicht müde? Oder komm, da geht noch was. Da geht noch was. Wer hier alles auf grün haben will, hier, der muss ja auch ein bisschen was tun dafür. Gleich die Lea-Maus. So, Felix. Du gehst lieber noch aufs Klo, ne? Naja. Ei, ei, ei. Das ist was ist der Klo. Programmieren. Videospiel. Und Isina, du gehst ins Bett. Genau. Dann kannst du einen Pulli. So wie sie es gehört. Schön Lichter da draußen. Hier an den Bäumchen. So. Ich freue mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und dann geht es wieder weiter mit Lila und Luna. Und ja. Danach gucken wir dann hier wieder weiter. Und ja, es ist so cool. Kommentiert gerne, was wir noch machen sollen. Ich habe noch on the list. Wir müssen ein Kätzchen erstellen. Für Sinas Family. Das haben 38% gewotet. Platz 2 war Schnee zurück mit 22%. Platz 3 17%. Kätzchenbabys machen lassen und adoptieren. Und keine neue Katze war 10% jeweils. Deswegen 40% Kätzchen erstellen. Fölf bei 5 Ausnahmmöglichkeiten. Das machen wir dann auch mit unserer Family hier. Freut euch drauf. Verpasst die Folge nicht. Abonnieren. Dann klappt das auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.